So, so YouTube, hallo, hallo und herzlich willkommen zu Geotastic. Ja, wir machen wieder unsere Pinpoint-Runde, drei Runden für 18.000 Punkte, das werden wir hoffentlich hinbekommen. Und ich starte dafür wieder unser Custom Local Game mit unserem allbekannten Preset. Alle Standards, ein paar Länder haben wir ausgeschlossen und pro Runde drei Runden. Unendlich viel Zeit. Und ich würde sagen, wir starten rein ins Zocken-Ende. Ja, für alle, die es unter der Woche gucken, tja, heute ist Wochenende, sogar Urlaubsende. Ich hab mal Urlaub, das kommt selten vor, so maximal zweimal im Jahr, weil ich muss. Ja, und deswegen können wir echt reingenießen. Wahrscheinlich werde ich aber, so wie es ist, einfach müde werden und nach 20 Minuten sagen, ich will schlafen. Weil man im Kopf einfach auch mal abschalten kann. Da droppt das ganze Level. Aber deswegen, vielleicht kann mich ja Geotastic wachhalten und wir fahren ein bisschen durch schöne, spannende Gegenden. Und es geht los mit Runde 1. Und wir sind in Afrika. Wir sind in... So, vom ersten Blick von den Häusern würde ich auf jeden Fall sagen... Ähm... Hier... Ja, die Ecke Ghana. Aber es könnte auch wieder Lesotho sein oder so. Haben wir doch schon was. Also, ich würde eigentlich Kenia ausschließen, aber... Agency Regional Office... EPA... Okay. Oder Südafrika. Das kann natürlich auch sein. Unser Auto fährt... Aber rechts. Okay. Oh. Schöner Baum. Boah, der ist echt riesig. Ist auf jeden Fall eine Gegend, in der es ein bisschen feuchter ist, nicht? Es gibt Rasen... Und es gibt große Gebäude. Das ist ja auch immer, äh... Sehr spannend. Aber die Straßen sind nicht sehr gut ausgebaut. Weswegen ich Ghana, Südafrika und, äh... Ghana eigentlich ausschließen würde. Aber Senegal. P.O. Box... MAUF... Lands Commission... Vested Lands... Land Validation... Maloon... Gakam... The Nation Builder... MAUF... MAUF... UPSONIC... Oh, ist... Warte mal. Ist das diese Straße? Wenn ich in die Richtung fahre, verschwindet die Stadt am Horizont und taucht wieder auf? Da gab es mal so eine Stadt, äh... Eine Szene, wo innerhalb von einem Jahr eine Riesenstadt hier entstanden ist. Und das war auch so eine... Ja, sag ich mal, eine Straße, die über so einen Hügel ging. Okay, okay. Hosanna. Was steht hier? Kartoffelkamera. Ah, das ist zu weit weg. Ghana. Doch, Ghana. Okay, aber Ghana passt mir auch eher... als die anderen Sachen. Aber es sieht aus wie keine gute Gegend. Also hier unten ist relativ, ähm, gut ausgebaut, nicht? Also immer, wenn wir hier um Corfudio, äh, Corfudia waren, äh, lustigerweise gibt es vier Corfudia. Hier gibt es irgendwo eins, hier gibt es eins, in Kumasi gibt es eins und hier oben irgendwo gibt es eins. Ähm, dann würde ich uns eher hier oben in die Gegend packen, weil hier war ich noch nicht so oft. Meistens waren wir hier unten unterwegs. Äh, äh, ja, bei Flüsse oder wie das hier alles heißt. Greater Region und sowas, äh. Äh, weißt du? Volta Region, ja, ja. Oder Flüsse war, war hier, nicht? Das heißt Flüsse. Genau, hier ist Flüsse. Eigentlich River State. Flüsse ist so eine falsche Übersetzung. Aber durch Ghana fahre ich eigentlich sehr, sehr gerne, weil das Land ist nicht so riesig auf der Karte und die Informationslage ist relativ gut, ähm, wenn man rumfährt, nicht? Es stehen überall Schilder und, äh, auch Händler haben überall Sachen. Es gibt durchaus auch Straßennummerierungen, wenn auch nicht so oft, aber, ähm, Chicken Republic. Wow. The Chicken Republic. Wir haben sie gefunden. Endlich Chicken für alle. Freiheit für alle Chicken. Hier auf jeden Fall wird das gelebt. Und ich finde, das ist unterstützenswert. Es sieht auch sehr ein Land aus. Es ist auch ungefähr einmal ein Quadratmeter mehr als ein Huhn in Europa zur Verfügung hat. Von daher ist die Chicken Republic, ja, das Ziel für alle Hühner, für ihre Freiheit. So ein Ding ist das nämlich. Free Chicken. Okay, das kann man falsch verstehen, nicht? Befreie die Hühner oder, äh, Gratishühnchen? Hm. Ja, könnt ihr euch aussuchen. Ich merke aber, wie das Trinken schon funktioniert. Was ich richtig geil fände, wenn ich nach der Runde die Runde noch exportieren würde als Link oder so, nicht? Gut, aber wer die Folge sieht, der weiß ja, wo es ist. Das wäre auch irgendwie sinnfrei. Ah, ne, okay. Vergesst es. War uff, sind wahr. Okay, da ist wahr. Das war jetzt nicht so schwer. Also dann denke ich mal, dass wir in wahr sind. Wenn das da war UWR und wo ist UWR? The Geist Pop. We spicy food. We atumo. Park Bambu. Kapaguri. Mameisen. Wa atz. Was könnte denn UWR bedeuten? Under, West, Norden, Osten, Süden, Westen, Unter, Westen? Oder ist das eine Straße, UWR? Weil die heißt Very, W-A-Va-Massee. Und ich merke schon wieder, die Kamera justiert nicht automatisch. Da darf ich dann immer nachjustieren. Ich sage euch, gutes Equipment ist heutzutage schwer zu bekommen, selbst wenn man viel investiert. Hilft das kaum. Aber ich würde sagen, wir sind irgendwo in dieser Ecke hier. Vielleicht finden wir noch aussagekräftigere Schilder. Also selten, dass man in einer großen Stadt startet. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber macht das nicht unbedingt einfacher. CCTGA, Concert Teachers, Original, Upper West. Genau, okay. Okay, Upper West passt also. Also UW, Upper West, R, Right. Das heißt, Upper West, Norden, Osten, Süden, Westen. Upper West, Right. Also hier dann eher. Skytech, Mango. Ja, irgendwo hier würde ich dann sagen. Wahrscheinlich an dieser großen Straße. Die hier geht aber West. Leicht Nord, Osten. Also so. Okay, das könnte wirklich, wir könnten auf der hier sein. Ja, wir sind hier. Also ohne Scheiß, wir stehen genau hier. Sehen wir den schönen Chicken-Lan? Ist der eingezeichnet? Free Chicken! I want free Chicken. Oder Chicken Nation. Madame Gladys? Okay, aber hier wäre schon nicht mehr Upper, oder? Was ist denn das? What's all camp? Interessant. Das hatten wir eben schon mal. Okay, hier sind zu wenig. Ja, ich würde sagen, wir stehen irgendwo dann wirklich hier drin. Ist das ein alter deutscher Polizeiwagen? Ja, oder? Das ist ein alter, ganz alter deutscher Polizeiwagen. Sieht fast so aus. Aber mit Blau? Die waren ja früher Grün. Hm, okay. Dann vielleicht ein französischer. Könnte auch sein. Bei Ghana? Wahrscheinlich haben die alle dieselben Fahrzeuge irgendwann mal irgendwie in Gebrauch gehabt. Aber ich verlieh mich schon wieder gerade in Ghana, nicht? Wir fahren umher. Und ich würde sagen, jetzt sind wir an irgendeiner größeren Ecke. Und da wir eine Kreuzung haben, interessiert mich jetzt eigentlich, du gehst Nord-Süd. Okay, eine Straßenkreuzung Nord-Süd. Das ist ja die einzige hier eigentlich. Also, viel mehr bleibt ja gar nicht übrig. So viele Straßen haben die nicht. Wir können hier natürlich noch sein, aber da würde ein Kreisverkehr kommen. Das heißt, wenn wir weiterfahren, müsste ein Knick kommen nach Norden. Ich dachte, vielleicht sehen wir noch die Straßennamen hier. Polizei? Schon lange weg. War so ein alter, ich glaube, nicht BMW, Mercedes. Dieser eine große Truck, den man so kennt, den es teilweise heute noch manchmal irgendwo gibt. Aber ich glaube, ein Vorgänger davon, aber ich kenne mich bei Autos null aus. Okay, sehr viele Straßen, aber wir wissen halt die Straßennamen nicht. So, jetzt müsste die Straße einen Knick machen. Orientieren wir uns da an. Die Straße macht einen Knick, aber Richtung Osten. Ja, ist ja auch richtig. Aber nach Norden macht sie den. Und wir kommen eigentlich ganz gerade aus dem West-Ost. Ah, jetzt ist es leicht südlich gegangen, nicht? Also, irgendwie ist unsere Straße von so... Ah, okay, vielleicht sind wir... Ja, ja, okay, vielleicht habe ich den Knick verpasst. Vielleicht war das die Viererkreuzung oder so. Und hier sind wir jetzt. Das könnte sein. Wenn da hinten ein Kreisverkehr kommt, sind wir da auf jeden Fall. Wenn da kein Kreisverkehr kommt... Ja, dann ist die Kacke am Dampfen nochmal. Da müssen wir nochmal komplett zurück. Und hier ist ein Kreisverkehr. Sehr schön. Mit 1, 2, 3, 4, 5 Straßen. 1, 2, 3, 4, 5 Straßen. Und von der gegenüberliegenden von uns... Also, nach... Von wo kamen wir? Wir kamen von hier. Also, von der hier müsste hier eine Straße abgehen. Das passiert nicht. Nee, das ist die hier. Von der da. Von der hier müsste eine Straße abgehen. Und wohin? Achso, auf die Police Station. Ich würde sagen, hier ist eine Ambulance. Hier ist eher ein Krankenhaus. Hat es eine Police Station? Ich glaube, das ist das Krankenhaus, wenn... Ist hier eine Police Station? Sieht so aus, oder? Hier, Valepa Elegium. Hier ist Belgien gewesen mal. Okay. UDS. Okay. UDS stand ja hier. UDS. Bei dem einen Ding. UDS Coffee. Hier, UDS Campus. Da geht's hin. Das hier ist UDS. Da kommen wir auch her. Okay. Also, das ist auf jeden Fall safe. Ja, dann weiß ich nur nicht, wo diese eine Kreuzungsstraße war. Da muss sie doch das gewesen sein. Und wir kommen von hier. Okay. Zurück zum Start. Ich bin ja nur dieser Straße gefolgt nach Norden, oder? Und die geht... Ne, ne, ne. Wir müssen einen Knick gemacht haben. Okay. Dann sind wir auf der hier vielleicht. Boah, das wird schwierig. Zum Glück habe ich diesmal bei einer Fifty-Fifty-Chance die richtige Richtung erwischt. Das ist ja schon mal was. Okay. Wir kommen relativ schnell da drauf. Office of the Electronic Commission of Ghana. Okay. Hier hätte ich es ganz schnell gehabt. Upper West Region. Warum habe ich denn die vorhin nicht gesehen? Zumbo Residential Area. Okay. Zumbo Residential Area. Lustig. Wir sind doch beim The Guys Pub, ne? Der ist mir vorhin irgendwie sofort aufgefallen. Ich will da nicht wirklich wissen, was da abgeht. Aber irgendwie steht der hier halt aus der Ansicht einfach so komplett alleine da. Aber das Zumbo... ...sehe ich nicht. Hier steht Seidu und das ist Vieri. House of Sheeves. Ich meine, das wird hier ja auch gebaut gerade. Das heißt... ... Das könnte sich alles inzwischen anders verhalten hier. Lands Commission. So. Und dann nach Südwesten. Da kommt aber nicht mehr viel. Ja, an welchem Laden sollen wir uns jetzt orientieren, nicht? Die Bilder hier sind von... ...2.17. Wow. Ja, okay. Das bringt nichts, nicht? 2.17 sind... ...7 Jahre mit Corona. Scheiße. Okay, also den Bildern können wir null vertrauen. ...den Straßen noch am meisten. Und vielleicht sowas wie in der Polizeiwache. Aber hier ist halt nirgendwo Polizei, nicht? Ich meine, sowas kann inzwischen auch ausgebaut sein. Hier, das sieht doch offiziell aus. Residency VA. Hmm. Jing Jing. Ich glaube, ohne einen Straßennamen... Es ist nicht leicht. Save Journey and Come Again. Service Training Center. Was heißt du? Hast du für einen Namen? In Service Training Center. Ob es das noch gibt? In Service Training Center. Und wenn, ist es bei Google eingetragen? Weiß ich jetzt nicht. Ich meine, anfühlen tut es sich, als ob wir hier sind. Aber ich glaube, die Stadt ist einfach sehr stark gewachsen in sieben Jahren. Und das, was früher so aussah, ist früher da gewesen. Ich meine, wir wissen ja, wir sind relativ fix hier gewesen. Nicht? Gleich kommt das schicken Ding und dann sind wir da. Also, ich bin immer noch der Meinung, wir sind auf der großen Straße. Meinungen, Wünsche, Sorgen. Seitenstraßen zählen. Da die alle neu sind und die Bilder sieben Jahre alt sind. Den Bildern kannst du nicht vertrauen. Das ist das Problem. Es wird hier nichts mehr von geben. Hier werden riesige Häuser stehen, überall Straßen reingebaut sein. Ich meine, da, wo wir rauskommen, ist eh schon alles gebaut. Wenn wir hier einen Straßennamen finden würden. Da, da steht doch ein Straßenname. Alter, da ist doch einer. Seidu Tendana Street. Seidu Tendana Street. Dann ist das hier. Das heißt, wir sind irgendwo davor. Dann sind wir doch beim Alt-West-USD-Campus. Irgendwo. Okay, die sind blau, die Dinger. Okay, wir gehen nochmal zurück. Gucken nochmal bei uns. Ob wir ein blaues Schild sehen. Aber Seitenstraßen. Weißt du, wenn die richtige Straßen haben, so wie hier, dann geht das. Aber die haben halt auch diese Sandwege, die teilweise als Straße dann gezählt werden. Okay, wir können mal einfach gucken, wie die nächste große Straße hinter uns heißt vielleicht. Und dann wählen wir eine dazwischen. Das Problem ist, das hier ist ein Neubaugebiet, nicht? Das heißt, hier ist alles anders gebaut worden. Da steht ja auch dran. Hier stehen Straßennamen zum Glück. Der nächste Straßenname. Aber hier steht keiner mehr, nicht? In die Richtung. Das heißt, das und der. Hier werden wir nichts haben. Origin. Madame Gladys habe ich auch gelesen. Madame Gladys habe ich doch gelesen. Bin ich mir fast sicher. Vielleicht sind wir hier? Ah, nee. Unsere Straße muss hier eine längere, durchgehende Straße sein. Dann könnten wir eigentlich nur in der hier stehen. Würde auch den leeren Platz hier erklären. Vielleicht wurde nicht so viel gebaut, wie ich annehme. Okay, nochmal zurück. Hier ist auf jeden Fall eine Straße bei uns, die abgeht. Das könnte die hier sein. Dann kommt der große Baum. Wir wissen leider nicht, was das da ist. Es könnte aber das hier sein. Und wenn das so... Ja, und das Waving Center... Man darf nicht vergessen, nicht? Früher war Ghana auch eine Nation, wo... Ähm, ja, Lohnarbeit größer war. Weil inzwischen ist das auch eher eine industrieaufstrebende Nation. Und dass dann so ein altes Webwerk nicht mehr als Weberei betrieben wird. Ähm, ist ja durchaus auch möglich. Deswegen wird das auch hier nicht mehr dran stehen, wenn wir Pech haben. Ähm... Hier sind nur Märkte... Und die anderen Sachen... Und die anderen Sachen... Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die alle noch irgendwie offen sind. Messen... Also selbst das hier ist ja schon geraten. Wenn der Kompass nicht genau ist, ne? Dann hast du schon... Zeig Meter Abweichung. Ich mein, die Straße hier macht dann so'n Knick. Das passiert durchaus. Was wär hier? Department of... Federal Roads. Federal Roads. Die hier könnten wir noch halt sein. Hier. Hier sind wir. Das Federal Roads. Weil das Department wird nicht gewechselt haben. Okay, dann können wir uns an dem orientieren. Weil dann ist das komplett alles neu gebaut worden hier. Und das ist der USD Old Campus da vorne. Okay, aber wo stehen wir jetzt auf der Höhe? Wir stehen vor den zwei kleinen Gebäuden, die hier hinter sind. Das könnten die sein. Dann stehen wir halt hier. Die Straße macht zumindest so'n Knick wie hier. Hier drüben, wir stehen genau vorm Haus. Da ist zumindest eins. Ich würd' sagen... Hallo, noch mal im End, würd' ich sagen. Und hinter uns geht sie gleich weg. Ja. Passt ein bisschen besser als die. Oder die anderen hier. Ich log' ein. 8,14 Meter. Weil der Startpunkt irgendwie nicht mehr auf der Straße ist. Ja, gut. Da kann man machen, was man will. Wenn der GPS-Sender nicht ganz ausgerichtet war. Oh. Okay. Halbe Stunde Ghana in der Stadt. Nicht? Also... Dann bin ich lieber auf dem Land in Ghana, weil es da einfacher ist, die einzige abgehende Straße im Borough zu finden. Äh, wenn du hier bist. Wenn da Bacher dran steht, dann weißt du, du bist hier. Hier, wo nix dran steht. Und du tausend Straßen hast, an denen nix ist. Und die Bilder sieben, acht Jahre alt sind, bist du halt echt am Arsch. Wow. Zum Glück hab ich das nicht gesehen. Upper West Office. Sonst hätte ich hier gesucht. Upper West. Warum aber das Upper West Office im Osten, im... Naja. Hinterfrage ich nicht. Ich hinterfrage nix mehr. Heute fünf Stunden im Krankenhaus gewesen. MRT muss gemacht werden. Was wurde gemacht? Röntgen und CT, aber kein MRT. Willkommen in Deutschland. Und willkommen in Bangladesch, würde ich ja sagen. Nee, Indonesien? Nee. Äh, Linsang, Bologn, Iruk, Bimbim, Thailand? Nee. Da, Hangi, Hara. Vote. Auf jeden Fall ist Englisch. Indonesia. Philippine. Okay. Aber Philippine ist geil. Das sollten wir schnell abhandeln können. Da haben wir schon... Madang, City of Marti. Republik of the Philippine. Okay, Marti. Luzon. Mindoro. Itoli. Negros. Pandania. Mindi. Hier, Mindano oder so. Vielleicht hier. City of Mindy. Marti. City of Marti in Madang. Basilan. 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 Pulong. Pulong. Pulon, Laiti, Panai, Masbate. Isla San 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 Mar. Masbate City. Nagar City. Legazipi. Leipzig City. Nennen wir es einfach Leipzig. Matnok. Ne, Madang suchen wir. Mindoro. Wir suchen Madang. Im besten Fall. Ah, das ist schlecht. Madinik. Gumiras. Madreios. Mambajo. YOLO. Ah, YOLO bin ich auch. Sehne war vom Knochen ab. Eww. Du machst Sachen. Warum macht ihr sowas? Marti City, da unten. Wir haben es. So, und wir stehen vom Health. City Health Office. Sollte ja auch nicht so schwer zu finden sein, oder? Wir stehen Nord-Süd. Ähm. Woodcraft. University. Wie heißt das Ding? Health Office. Provinz. Da wo Oriente. Madang. Okay, wir sind in Madang. Nicht wie in Marti. Nicht? Wir sind in Madang. Wo ist jetzt Madang? Wir sind ja nur in der Region an sich. Leider sind die Regionen nicht abgegrenzt. Könnte natürlich ein Stadtteil sein, Madang. Also hier oben würde ich Taguma warten, in der Ecke. Marti, er hier. Mangkling. Könnt ihr nochmal gucken, ob hier Madang irgendwo zu sehen ist. Marundan. Ich sehe hier aber keinen Stadtteil. Marti. Tabagang Gang. Wirklich. Eigentlich sehr gute Startposition heute. Und dann brauche ich so lange. Das zeigt mir, dass ich nicht so fit bin heute. Ich bin auch echt müde. Ja. Baganga. Steht da noch? Provinz of Davo. Das müsste Davo sein hier. Davo Region. Genau. Also die Region passt. Geh bis hier runter. Oh shit. Madang. 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 Wer sieht ein Madang? Malalak. Sehe ich. Aber das wäre dann Digos City wahrscheinlich. Hier wäre Davos City. Ganz bestimmt. Hier wäre Tagum City. Ganz bestimmt. Das heißt, wir können eigentlich nur auf der Seite hier irgendwo rumdüngeln. Oh, die Schrift ist wieder so echt furzklein hier. Ja. Magagong. Magagong. Na, wenn ich Pech habe, ist das in irgendeiner Zoom-Stufe erst dran. Marugusan. Marugusan. Nagan. Okay, vielleicht sind wir doch in der Stadt. Wir gucken mal auf den Straßennamen vielleicht. Im RT muss jetzt zeigen, ob alles wieder richtig dran ist. Das Röntgen hat helle Flecken an der Sehne gezeigt. Beim Zahnarzt ist weiß im Röntgen immer eine Entzündung. Okay. Okay. Klingt lecker. Klingt nach Spaß. Das war mal gute Besserung. Aber behalt's bitte. Eatery. Haben die Straßennamen? Public Market. Okay, wir sind Public Market. Also City of Marti sollte schon passen. Western Union. Western Union. Okay, aber das ist das große Ding hier. Mluhiliya. Mluhiliya. Mati 1. Okay, aber wir fahren nach Süden. Nach Süden geht's nicht weiter. Ganz leicht nach Nordost. Abbiegung nach Stark Nordost. Und dann kommen wir auf eine große Straße. Oh, das ist gut. Okay, irgendwo Terminal. Wo das Wasser ist. Das Wasser ist hier. Nordost. Die geht falsch. Haben wir hier noch irgendwo ein Terminal? Hier vielleicht. Seaport. Denn wären wir in. Wir sind jetzt wie gefahren nach. Nach Nordosten. Nordosten. Das heißt, wir sind. Hier ist noch ein Port. Public City Market. Hier sind wir. In der hier. Oder in der. Aber die passt besser. Und jetzt stehen wir vor der Behörde. Die nicht eingezeichnet ist. Wie kann denn das Health Government nicht eingezeichnet sein? Wir haben hier noch eine nach Westen. Ja, gut. So eine Versetzte haben wir. Ja. Also die einzige Versetze, die ich sehe, wäre hier. Dann müssten wir nach Norden. Direkt nach Nordosten fahren und direkt in die Große kommen. Stimmt das. Stimmt sogar. Und wenn wir jetzt nach Süden fahren, dann müssten wir als nächstes rechts eine haben, die abgeht. Links darf nichts kommen. Hier geht rechts eine ab. Und hier ist das City Health Office. Da ist es. Okay. City Health Center. Und dahinter kommt dann der City Markt. Das ist das Ding. Passt sogar davor die Kreuzung. Okay. Dann stehen wir hier, wo genau? Vor der westlichen Straße. Also dort. Finish. 2,21 Meter. Du musst einen Termin machen. In welchem Jahrzehnt willst du fertig sein mit den Behandlungen? Dieses kannst du vergessen. Ein Termin beim Orthopäden. Der hat noch Wünsche und Träume. Ach, diese Jugend. Also wenn ich heutzutage gesagt bekäme, du musst zum Arzt, dann würde ich eher zum Bestatter gehen und schon den ersten Sarg beantragen. Weil das geht schneller, als zum Arzt zu kommen. Und das geht hier auch schneller, in die Kalepierna Monastero zu kommen. Okay, sehr geil. Oh, und ein alter Käfer. Oh, was ist das? Ah, oh, was ist das? Ah, oh, Anhänger. Nicht so spannend wie gedacht. Rojo La Cura. Das ist doch wieder Brasilien oder sowas. Oder? Ah, ja. Wo kommen wir am ehesten raus aus dem Ort? Wahrscheinlich, das sieht da hinten aus wie Hauptstraße-Ecke. Versuchen's mal. Kiosko. Ah, der gute Kiosko. Wer kennt ihn nicht? Was haben wir hier? Marmeladen, Granaten, Bananen und Kokosnüsse. Ah, oder wieder Mexiko. Wartet mal. Die Sonne. Die ist im Norden. Also sind wir im Süden und die ist eindeutig im Norden. Also sind wir eindeutig im Süden. Mariko ist raus. El Mariko. Pizzeria Estazione. Unlimited Speed. Die haben also einen Extra-Lieferservice. Tricolor. Das hatten wir doch neulich auch schon ein Tricolor. Oh Mann. Ich hab das alles schon wieder vergessen. Juntos. Tombola Doro de Oro. Transporte de Diano. Ich dachte, Transporte de Dias. Carellas Diano. Emuchu Faros aus Stattos. Oh, wir nicht dürfen. Äh. Wir angearscht. Können wir wenigstens hier lang? Zu vermieten, zu verkaufen. Äh. Oh. Uruguay? Aber sehr hügelig für Uruguay. Ungewöhnlich. Ah, da haben wir doch... Nein, ich will zum Schild. Konsolidaciona urbana de Barrio Sanzo in Tendencia de la Valle de Gia. Natürlich. Ich kann sehr gut nicht Spanisch. Darauf trinken wir. Hm. Reihe de Koppers. Auf jeden Fall wissen wir den Stadtplan. Und im Westen ist die große Straße, die rausführt. Also wenn wir raus wollen, müssen wir dann nach Westen anscheinend. Zumindest wenn der Plan da stimmt. ist ja schon mal gut. Basura no Arojar Multas Aber die sieht auch aus, als ob die aus der Stadt rausführt. Vizqueria. Okay. Bei Vizqueria hatten sie mich. Ah, ich hab ewig keine Whiskys mehr getrunken. Oh man, 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 man. Ja, hunderte her. Und was haben wir hier Schönes? Das sieht, das Ding sieht aus wie so ein Filmset, wo das A-Team hinfährt und die Leute und die Leute da oben steht ne Wache drauf. Nicht eine läuft das Dach entlang. Hier hinter versteckt sich Barakos und dann zerschießen sie alles. Dann kommen die Leute hier die Treppe runter. So sieht das aus. Komplett wirr. Okay, also in die Richtung ging's auch raus. So ist die Nativist von der Welt. Glitcher. Ja, lass uns fahren. Ach, hier komm ich echt kaum voran gerade. Das Problem ist, bis jetzt habe ich noch nichts gesehen, wo ich sage, ah, danach könnte man irgendwie eingrenzen, oder? Baumaschinen und hier ist Ende im Gelände. Ne, hier komme ich nochmal rum. Ist aber eine größere Stadt. Dann war das eben nur ein Bezirk von dieser Stadt. Also es wirkt schon nicht klein. Und wir haben Palmen. Ich meine, nur weil da eine Uruguay-Flagge ist, muss es nicht Uruguay sein, nicht? Ich meine, da kann ja jemand hingezogen sein. Also... Da haben wir doch mal was. Lego, Hasta Los, Sirius Por, Caminos, Altos. Ne, haben wir doch nicht. Da! Da haben wir was. Centro Vasco, Guerra, Baceria, Mirado, Montevideo. Okay, Montevideo geht nach Süden. Das ist aber gut, dann passt das mit Uruguay. Und wir sind irgendwo hier drüber. Mirador nach Westen. So, wenn wir jetzt Mirador finden, dann können wir zumindest so eine Linie ziehen. Oder Gure Baceria. Wobei das auch lokale Läden sein könnten, nicht? Und ich weiß nicht, ob Vasco wirklich denn der Ortsname ist. Ich glaube nicht. Centro Vasco heißt wahrscheinlich eher Stadtmitte oder sowas. Artigas? Nee. Das Berlin. Nuevo Berlin. Neu-Berlin. Wichtig. Neu-Berlin ist auch riesig. Neu-Berlin ist auf jeden Fall eine Metropole, wo es sich drin lohnt zu leben. Sie ist am Meer gelegen, ja, Posado, Don Sebastian. Ich würde sagen, da gibt es alles, was das Herz begehrt. Da gibt es auch einen Strand. Also bitte, einfach mal, wenn ihr günstige Wohnungen sucht, nicht Berlin, Nuevo Berlin. Ist doch viel besser und günstiger. Ich würde es hinziehen. Also ohne Witz eigentlich, könnte man da wirklich hinziehen, nicht? Ich meine, was braucht man? Man braucht eigentlich Essen. Alles andere kann heutzutage geliefert werden. Die Frage ist nur, wie teuer sind die Lieferkosten dahin? Aber selbst dann spart man sich wahrscheinlich da, wenn man über, sag ich mal, Homeoffice arbeitet, so viel, dass es egal ist, ob man das dahin liefern lässt. Ja. Gut, wir können auch so dichter da dran sein, nicht? Wir wissen nur, es geht in die Richtung. Gut, und ich weiß nur einfach, der Pfeil zeigt einfach nur dahin. Kann auch Westen bedeuten, nicht? Weil da im Süden gibt es nicht direkt was. Eigentlich sagt die Straße nicht hier in die Richtung, nach Westen. Das heißt, wir wären eher hier. Man kann auch nur sagen, dass wir in so einem Stadtteil hier festhängen. Aber, das werden wir nicht über dieses Schild lösen können, glaube ich, abschließend. Aber hier, das ist gut. Hier steht doch mal was. Die 8, Route 8. Ja, okay, Route 8 haben wir. Minas. Ich würde fast sagen, wir sind in Minas, nicht? Minas habe ich schon zwei, dreimal gelesen. Oder es liegt zumindest auf dem Weg. Arui Klui im Osten. Weil die 8 geht doch nicht durch viele Städte durch, oder? Aero Klui, Aero Klui, Aero Klui. I have no clue, I have no clue. Das passt auf jeden Fall besser zu mir. Aera. Villa. Villa. Hm. Aber warum sollte ich kleine Orte ranschreiben, nicht? Wenn ich nicht in der Nähe davon bin. Ja. Gut, die Route 8 geht nach Westen. Würde hier sogar passen. Sieh ich denn so einen Kreisverkehr? Was könnte das Ding hier sein? Hat das Ding noch einen Namen? Aber das ist ja wirklich ein Kreisverkehr. Das ist ein Dreieck. Hier wäre ein Kreisverkehr. Aber er sieht ein bisschen krasser aus. Und der geht West-Ost. Ah gut, West-Ost würde passen. Haben wir hier einen Straßennamen? Wenn ich jetzt vermute, dass wir hier sind. Hier direkt nicht schlecht. Gut, wir fahren mal weiter. Da sind ja mehr Schilder. Hier ist noch eins. Jetzt sind wir auf jeden Fall in einer dankbaren Situation. Aeroclub. Ah, okay. Das heißt einfach nur Sportflugzeugplatz, nicht? Hospital-Centro. 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 Ah, die haben auf jeden Fall ein paar mehrere. The Minas, Kinderkrankenhaus. Oder Minas wegen der Stadt. Und danke, Gamer-Peddy. Und willkommen im Z-Z-Z-Zocken-Ende. Fünf Monate. Sub schon. Wow. What the hell. Ah, und ich habe die Overlays ausgehabt. Tja. Scam. Scam wird hier groß geschrieben. Willkommen und vielen Dank. Da sage ich doch. Prost. Zockenende. Guten Abend und herzlich willkommen im Z-Zockenende. Was haben wir hier oben? Ich habe das Gefühl, ich bin ja auch ein bisschen rausgefahren. Wir haben sehr viele Kreisverkehre, nicht? Können hier zum Beispiel gerade stehen. Hier sind wir. Ja. Hier sind wir, oder? Das sieht doch aus wie das Ding hier gerade. Wir fahren nach Nordwesten. Nord, Osten, Süden, Westen. Wir fahren nach Nordwesten drauf zu. Es geht nach Südwesten weg. Und hier geht eine Straße ab. Aber wo ist die Doppelte? Die fehlt. Bam, bam, bam. Okay, es muss ein Dreierkreisverkehr sein, der hier noch nach Nordosten ein Abgehen hat. Das heißt, der würde schon besser passen, aber ist zu zerstückelt. Gemapedi90 ist verrückt und ist im fünften Monat dabei. Guten Abend und herzlich willkommen im Zockenend. Wow, das hat gedauert. Aber jetzt ist es da. Aber ich bin nicht da. Warum ist die Kamera heute... Die fokussiert gar nicht, habe ich im Gefühl. Naja. Das Light eines Streamers, nicht wahr? Könnte das sein? Das sieht besser aus, nicht? Das würde auch passen. Parke Rodeo. Der müsste jetzt südlich sein. Vielleicht sehen wir ja Parke Rodeo. Gomeria. Oh, die gute Gomeria. Da drüben, das könnte der Park sein, nicht? Der wäre nordöstlich. Ja, okay. Wenn wir jetzt hier sind, nordöstlich. Dann bin ich jetzt hier runtergefahren. Kann das sein? Das sind auf jeden Fall die Bushaltestellen. Vetinerea Tabletriere. Niko Rente K. Wo ist der gute Niko? Hm. Und dann kommt so eine komische... Ecke. Ah, die sieht nicht so aus. Da kommt eine Straße aus Westen. Auf unsere mit rauf. Doch. Aber diese Traube sieht man hier nicht so gut. Aber vielleicht ist die nur nicht gut abgebildet. Das könnte das Ding hier sein. Okay. Also dann sind wir hier lang gefahren. Ich bin eine ganze Weile von hier gekommen. Irgendwann hier rausgefahren. Das heißt, wir sind da mittendrin. So. Wir haben aber Stadt... äh... Straßennamen. Calepiniera Mostarello. Und die verläuft... Süd-Nord. Pineha. Und jetzt sehen wir, die Stadt verläuft nicht Nord-Süd. So haben wir ein Problem. Also wird das nicht diese Stadt sein, oder? Also wenn ich das mache... Es ist so Süd-Nord. Also so Süd-Nord habe ich selten eine Straße erlebt. Hier gibt es nur kein Nord-Süd. Nirgendwo. Hier vielleicht. Wer ist denn die andere hier? Ugolini. West-Ost. Ugolini. Houdini. Houdini, Ugolini. Ugolini. Krass. Hier oben sind wir. Okay. Äh... Und die andere? Pineha Mostarellone. Kann ja nur die hier sein. Nein. Juan Ferrari. Hier. Mostaredo. Und wir stehen in der drin ein bisschen und zwar Richtung Norden. Also wahrscheinlich auf Höhe der Gebäude. Oh. Finish. Ein Meter vierundzwanzig. Ah, was sagt er dazu? Wir haben es geschafft. 18.000 Punkte. Wir waren 24 Minuten in Ghana. Wir waren 10 Minuten in den Philippinen. Und 18 Minuten in Uruguay. Insgesamt 53 Minuten. Ich finde, das ist ein sehr guter Schnitt. Und wir sehen uns zur nächsten Folge Geotastic wieder. Hoffentlich. Schaltet ein. MER Kastner Kastnern Oke hier. 아니면 da oben da oben da oben.